Liebe Bürger und Freunde, was läuft da beim Bauerhausen? Das letzte Mal mit meinem Düngerstreuer angehängt. Den Rauchkomet ZSA, den ich, ich denke, 20 Jahre im Einsatz hatte, habe ich eintauschen können. Wir haben ja zusammen einen Gop-Up-Bowl Düngerstreuer gekauft. Und jetzt bringe ich den in die Fakorn-Werkstatt Dieri-Algenflü. Dort haben wir den Gop-Bowl gekauft. So, 30er. Das Bessere hat der aus österreichischer Materie einen hydraulischen Beifer. Das ist eine Art und Weise. Der ist ein Achtung. So, ein Achtung. Untertitelung des ZDF, 2020